AngelTV Im Namen von Herrn Jesus Christus begrüße ich jeden einzelnen AngelTV-Zuschauer. Ich freue mich sehr, Sie über diese Sendung Hirtens Manna zu treffen. Wir betrachten das Gotteshausgebet. Ich möchte nicht über die Tiefen des Gotteshauses predigen. Gott lehrte mich viele Wege, wie man betet. Und ein Weg davon ist das Gotteshausgebet. Wisst ihr, was Gott mir darüber zeigte? Dieses Gebet ist sehr kraftvoll. Ich redete mit einem Diener Gottes über dieses Gebets. Er ist keiner, der glaubt, dass Gott redet. Aber er kennt die Tiefen der Bibel sehr gut. Als er diese Gebetsweise hörte, erstaunte er uns, fragte. Ich habe jetzt verstanden, dass wir jede Phase von diesem Gebet machen müssen. Ich habe verstanden, dass zum Schluss die Gegenwart Gottes erfahrbar sein wird. Ich habe verstanden, dass die Stimme Gottes hörbar sein wird. Von heute an werde ich dieses Gebet befolgen. Meine lieben Diener Gottes. Meine lieben Gläubigen. Ihr kennt vielleicht viele Gebetsweisen. Versucht auch mal diese Gebetsweise. Gott wird euch sicherlich segnen. Eure Gebetsweisen werden sich verändern. Ein Geist des Gebets wird auf euch kommen. In der Endzeit müssen wir erfüllt sein vom Geist des Gebets. Jesus Christus sagte, seid wachsam und betet. Und deswegen haben wir betrachtet, was das Altargebet ist. Altargebet bedeutet Dank. Warum müssen wir danken? Wir müssen Gott dafür danken, dass Jesus Christus an sieben Orten sein Blut vergoss. Warum vergoss Jesus Christus an sieben Orten sein Blut? Wir haben gesehen, was für Segnungen auf euch in diesen sieben Orten warten. Wir haben gesehen, dass wir dafür Gott danken müssen. Das Leid, was er im Garten getzimmene hatte. Und dadurch wichen unsere Krankheiten. Wir haben gesehen, wie wir für jede Segnung danken sollen. Als zweites haben wir gesehen, dass das Altargebet Hingabe bedeutet. Wir haben die Hingabe von drei Menschen gesehen. Der Schriftgelehrte wollte sich hingeben. Aber die schlechten Gedanken von ihm sehend, ließ ihn Jesus gehen. Die Füchse haben Höhlen. Die Vögel ihren Nester. Der Menschensohn hat keinen Ort, um seinen Haupt hinzulegen. Das war alles seine Hingabe. Jesus sagte zu noch einem, Folge mir nach. Er aber sagt, Ich werde gehen und meinen Vater begraben. Jesus sagte, Lass die Toten ihre Toten begraben. Du aber folge mir nach. Die zweite Hingabe. Seht den dritten. Er ruft ihn. Er aber sagt, Ich werde erst Abschied nehmen von meiner Familie. Schaut, die Hingabe von diesen drei Menschen. Meine lieben Diener Gottes. Wie ist deine Hingabe? Das müssen wir im Gebet prüfen. Herr, ist meine Hingabe richtig? Deine Hingabe darf nicht kommen aus Geld. Deine meine Hingabe darf nicht kommen im Vertrauen auf den Reichtum. Deine Hingabe darf nur auf Jesus Christus gebaut sein. Jesus sagt deutlich über Hingabe. Wenn einer mir nachfolgen möchte, soll er sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und Gott nachfolgen. Schaut, welche tolle Hingabe. Schaut auf die Hingabe von Ruth. Dein Land ist mein Land. Dein Gott ist mein Gott. Nur der Tod kann uns trennen. Nichts anderes kann uns trennen. Und deswegen wurde sie erhöht. Sie wurde Boaz zur Frau gegeben. In dieser Hingabe lag Festigkeit. Wir müssen im Gebet diese Festigkeit erhalten. Wer kann diese Festigkeit geben? Ich bin jetzt seit 30 Jahren im Gottesdienst. Was ist der Grund, dass ich inmitten von viel Leid trotzdem feststehe? Allein die Gegenwart Gottes. Ich verlasse nie meine Gebetszeiten. Es ist meine Angewohnheit von 7 Uhr morgens bis 9 Uhr zu beten. Und in dieser Zeit werde ich mein Zimmer verschließen und beten. Ich werde diese Gebete machen. Ich werde meine Hingabe prüfen. Ich prüfe, ob ich in meiner Hingabe fest bin. Schaut auf die Hingabe Elias. Er sagt, als erstes bin ich Gottes Diener. Ich mache es aus deinem Willen. Da kam kein Feuer. Der Grund, er sagte das, um sich zu ehren. Er sagte, ich, ich. Ich bin dein Diener. Ich mache es aus deinem Willen. Ich bin so einer. Und so sagt er das. Aber Gottesfeuer kam nicht. Lest den nächsten Vers. Dieser Vers sagt. Erhöre mich, Herr. Erhöre mich. Dieses Volk soll erkennen, dass du, Herr, der wahre Gott bist und dass du sein Herz zur Umkehr wendest. Schaut, jetzt kommt die Macht Gottes. Gottes Feuer kam. Es verzehrte das Opfer. Und deswegen, in der Hingabe muss Gottes Macht liegen. Prüft es in eurem Gebet. Ehrt mein Dienst Gott? Oder ehrt es vielleicht mich selbst? Oder ehrt es meine Gemeinde? Oder ehrt es meine Gemeinde? Oder ehrt es meine Organisation. Hingabe bedeutet, allein Gott die Ehre zu geben. Schaut weiter auf die Hingabe. In der Hingabe liegt Selbstlosigkeit. Schaut auf Schatrak, Meshak und Abednego. Sie gaben ihr Leben hin. Darin ist Selbstlosigkeit. Wir beten am Altar für diese Dinge. Als nächstes gehen wir zum Wasserbecken. Was zeigt uns dieses Wasserbecken? Es zeigt uns, wie wir beten sollen. Mit unseren Sünden können wir nicht in das Heiligtum treten. Deswegen müssen wir uns reinigen. Es ist genug für den Getauften, nun seine Füße zu waschen. Die Bibel sagt, dass wir uns waschen müssen. Dieses Wasserbecken zeigt uns, dass wir unsere Hände und Füße waschen müssen. Als ich in meinem Leben Sünden hatte, hatte ich auch Flüche. Ich hatte keinen Erfolg. Es kam ein Tag. An dem Tag bekannte ich meine Sünden. Und ich verließ meine Sünden. An dem Tag sah ich Jesu ins Angesicht. Und von da an denke ich über meine Sünden und Fehler in der Gegenwart Gottes nach. Wenn da irgendwas ist, dann verlasse ich diese. Ich bekenne sie in der Gegenwart Gottes. Und es wird durch das Blut von Jesus Christus gewaschen. Danach gehe ich in den nächsten Schritt. Die Sünden, die ich durch meine Hände mache. Ich bekenne die Sünden, die ich mit meinen Füßen gemacht habe. Die nach Gottes. Wenn wir täglich zu der Gegenwart Gottes kommen. Müssen wir unsere Sünden bekennen. Das haben unsere Lehrer uns beigebracht. Jedes Mal, wenn ihr zum Dienst geht und zurückkehrt. Wird es so sein, wie wenn ihr vom Fischen zurückkehrt. Was machen die Fischer, nachdem sie gefischt haben? Sie waschen ihr Netz aus und lassen es trocknen. Und genauso müssen wir in der Gegenwart Gottes warten. Schaut, was König David in den Psalmen sagt. Halte mich fern von verborgenen Sünden. Lasse nicht zu, dass mutwillige Sünden mich beherrschen. Lasst uns in der Gegenwart Gottes täglich hingeben. Als die Hingabe von David abnahm. Sagt die Bibel, dass er mit einer Frau Ehebruch begann. Als er in seiner Hingabe abnahm. Wurde David von Satan verleitet. Sagt die Bibel. Er verleitete ihn dazu, die Israeliten zu zählen. Wir müssen schauen, dass die Hingabe eines Menschen nicht abnimmt. Unser Gebet darf nicht irgendwo hingehen. Unsere Hingabe muss täglich erneuert werden. Wir müssen täglich gewaschen werden. So wie wir uns täglich waschen, müssen wir täglich gereinigt werden. Unser Gewissen darf uns nicht anklagen. Als drittes kommen wir in das Heiligtum. Das, was wir im Heiligtum sehen, ist der Leuchter. Exodus 25, Vers 31 sagt deutlich. Dort werden sieben Arme sein. Alle sieben müssen brennen. Sie dürfen nicht ausgehen. Was bedeuten diese? Es stellt die Gemeinde Gottes dar. Es stellt die sieben Salbungen des Heiligen Geistes dar. Wenn wir in dieses Heiligtum kommen, müsst ihr für den Dienst beten, den Gott euch gegeben hat. Es gefällt Gott nicht, wenn wir ihm ohne Gebet dienen. Es gefällt Gott nicht, wenn wir ihm ohne Gebet dienen. Egal welcher Dienst. Wir müssen es in der Gegenwart Gottes hinlegen. Es kann sein, dass du in der Gemeinde Gottes dienst. Vielleicht breitest du nur einen Teppich aus. Oder vielleicht bist du für die Technik zuständig. Denkt nicht, dass Predigt allein Dienst ist. Einmal leitete ich mit vielen Schwierigkeiten eine große Versammlung. Viele Kosten. Viele Pläne. Und diese Versammlung ging gut aus. Ich kam mit Freuden nach Hause zurück. Da hörte ich die Stimme Gottes. Mein lieber Sohn. Dieser Dienst hast du gut gemacht. Danke mir dafür. In diesen Segnungen erhältst du auch einen Teil davon. Ich war erstaunt. Was her? Bis du es erspricht. Ich war derjenige, der das gemacht hat. Du aber sagst, du hast nur einen Teil. Du sagst, du hast nur einen Teil der Segnung. Ich war erstaunt und fragte. Gottes Stimme kam erneut. Was soll ich denen geben, die den Teppich auslegten? Was denen, die die Technik machten? Was soll ich mit denen machen, die die Bühne richteten? Was mit denen, die die Versammlung organisierten? Und da war ich noch mehr erstaunt. Weil Gott gibt jedem seinen Teil. Meine lieben Diener Gottes. Meine lieben Gläubigen. Dient mit Freuden. Weil es gibt einen Lohn für euren Werk. Egal welchen Dienst ihr macht. Wenn ihr euren Dienst in der Gemeinde macht, dann habt ihr Segen. Verlasst die Gemeindeversammlung nicht. Geht in eure Gemeinde. Ordnet euch dem Pastor unter. Der Grund? Sie tragen Verantwortung für dich. Weil sie Verantwortung für dich tragen. Müsst ihr gehorchen. Und euch unterordnen, sagt die Bibel. Sie tragen Verantwortung für deine Familie. Von der Geburt deines Kindes. Über dessen Hochzeit. Bis hin zu dessen Beerdigung. Ist die Gemeinde verantwortlich. Meine lieben Diener Gottes. Ihr seid dafür verantwortlich. Deswegen betet mit Verantwortung. Betet für jeden Gläubigen. Die Bibel sagt das. Du und ich sind dafür verantwortlich, Rechenschaft zu geben. Ohne deine Gebete kommen die Gläubigen nicht in den Himmel. Und deswegen lasst uns mit Verantwortung handeln. Meine lieben Gläubigen. Betet für eure Pastoren. Betet für sie. Sie haben so viel Kampf. Deswegen gehorcht ihnen. Liebt sie. Gott wird euch segnen. Gemeinde ist wichtig. Gott redete über die sieben Gemeinden in der Offenbarung. Er redete über jede Gemeinde. Die Segnung der Gemeinde ist groß. David sagt. Ich aber werde für lange Zeit im Haus Gottes sein. Ich verlange nach einem. Und nur das eine verlange ich. Um im Gotteshaus zu forschen. Und seine Pracht zu sehen. Danach verlange ich. Schaut auf Jesus. Der Eifer über das Haus des Gottes. Packt ihr ihn. Liebt eure Gemeinde. Betet für sie. Betet für euren Pastor. Pastoren, betet für eure Gläubigen. Lasst uns für unsere Gläubigen beten. Das ist der dritte Teil vom Gotteshausgebet. Wir werden jetzt hinknäen und beten. Die Macht Gottes wird auf unsere Gemeinden kommen. Der Herr Jesus Christus zeigte mir. Ich war einmal im Gebet. Ich sah einen großen Engel, der Lobpreis und Gebet von unserer Gemeinde in den Himmel trug. Jede Gemeinde hat einen Engel. Jeder Gläubige hat einen Engel. Das Tor der Hölle wird eure Gemeinde nicht überkommen. Aber es wird es angreifen. Es wird es nicht besiegen. Deswegen fürchtet euch nicht. Ihr seid gesegnet. Wir werden jetzt beten. Lieber Vater. Dank seid ihr Herr. Wir betrachten das Gebet des Gotteshauses. Du gibst es deinen Kindern. Dafür danke. Du sitzt auf dem Thron. Ich sehe, dass Menschen zu dir rennen. Du bereitest die Menschen für die Entrückung vor. Wir danken dir, Vater. Deine Gegenwart umhüllt diesen Ort. Deine himmlische Feuer kommt. Es füllt jeden Einzelnen. Der besiegte Satan rennt. Wir danken dir, Vater. Wir danken dir, Vater. Ich sage das, was Gott der Herr mir zeigt. Ich bin der Diener Gottes. Hier er zeigt es mir. Meine Diener Gottes. Meine Diener Gottes. Bis Christus in eurer Gemeinde entsteht. Sagt Gott, dass ihr in eurem Gebeten Wehen erleben werdet. Wenn ihr mit Wehen betet, wird eure Gemeinde sich verändern. Ansonsten wird es vernichtet. Das ist Gottes Wort. Diejenigen mit Ohren mögen hören. Wir danken dir, Vater. Danke für deine heiligen Worte. Segne jeden Einzelnen. Im Namen von Jesus Christus bitten wir dich, unser lieber Vater. Die Gnade Jesu Christi, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist möge mit euch und mit allen Heiligen sein. Amen, Amen, Amen. Untertitelung des ZDF, 2020